Hallo, ich bin Michelle Bartel, ich spiele in der neuen Serie Tempel, die Juni. Und ich habe einen ganz großen Traum als Juni, und zwar möchte ich professionelle Geigen spielen können. Und damit das auch im Film so aussieht, dass ich professionelle Geigenspielerin bin, dann gehe ich jetzt gerade zu meinem Geigenunterricht und lerne dort, es zu faken, wie man professionelle Geige spielt. Viel Spaß! Dieses Streicheln, das wir geübt haben, ist stumm, auf jeder Seite, vier Töne auf jeder. Okay, ja? Und los! Okay, nochmal, Abstrich anfangen. Ja. Und... Genau. Genau. Was macht ihr jetzt? Stummbogen und so? Erklärst du mir? Jetzt hat sie einen Bogen, der kein Colophonium dran hat. Colophonium ist ja so Baumharz, was man auf die Bogenhaare schmiert. Und der Bogen ist jetzt komplett ohne Colophonium, das heißt, der klingt nicht. Kaum. Hört man nicht, dass ich... Quasi stimmt. ...dass ich nicht so spielen kann. Ja. Ja. Versuch mal, dir vorzustellen, du erzählst mir was mit der Geige. Ein bisschen mitspielen. Ja. Genauso wie du es dann machst bei der hohen Stelle, wenn du so in die Geige reingehst und du fängst an, so ein bisschen zu lächeln, ja, dass auch der Anfang so ein bisschen erzählend ist. Ja. Immer wenn du hörst, der Ton geht hoch, kletterst du auf den zweiten, auf den dritten wieder zurück. Nur zwischen den drei. Nur zwischen den drei. ORGAN-RENTES Jetzt kommt's an, oh! Da, 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 da. Da, 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 da. Ja. Jetzt majestänisch die Hälfte. Genau. Und Augen zu. Und ein leichtes Lächeln lässt sie singen. Genau.